The Trouble with Squibs ist eine 2003 erschienene Kurzgeschichte von Troy Denning, die im Star Wars Insider Magazin erschienen ist. Und diese Kurzgeschichte ist erneut ein Tie-In zu Dennings Roman Der Geist von Tatooine. Wir hatten ja bereits Corphelian Intermezzo und eine andere Art von Wald. Und diese dritte wurde leider nie auf Deutsch übersetzt. Aber kommen wir doch kurz zur Handlung. The Trouble with Squibs spielt drei Monate nach dem Roman Der Geist von Tatooine und somit relativ kurz vor der Thrawn Trilogie. Han, Leia, Chewie und Dreipio sind auf einer größtenteils Vergnügungsreise auf der Welt Parvo Prime, wo sie von einem hiesigen Casino-Besitzer einige alderanische Kunstwerke kaufen wollen. Diese Kunstwerke wurden von Keyleaks hergestellt, der damals auf alderan einheimischen Insektoiden Spezies und auf die komme ich in einem späteren Werk zu sprechen im Detail und nicht im positiven Sinne. Aber das ist hier für die Kurzgeschichte egal. Jedenfalls auf dem Weg zu diesem Typen stoßen sie auf zwei von den drei Squibs, die wir schon aus Der Geist von Tatooine kennen. Ich habe ihren Namen vergessen und sie sind auch nicht wichtig. Nennen wir sie einfach Tick, Trick und Track. Also Tick und Trick sind dort, aber Track nicht. Jedenfalls machen die beiden Squibs den Solos einen Geschäftsvorschlag. Sie sollen ein bestimmtes Kunstwerk von diesem Casino-Betreiber Ludlow Leppauer kaufen. Und im Gegenzug dazu verschaffen die Squibs den Solos einige imperiale Informationen, da die Squibs nach wie vor mit dem Imperium auch Geschäfte machen, weil dieser mysteriöse neue Oberbefehlshaber an Bord der Chimäre Kunstgegenstände sammelt und sie kaufen sie für ihn und übergeben sie dann aber Captain Pallion statt diesem Typen an sich. Und bei diesem Kunstwerk, das Han und Leia kaufen sollen, handelt es sich, wie sie dann feststellen, um den dritten Squib, der in Karbonit eingefroren wurde. Jedenfalls bekommen sie es dann mit diesem Ludlow Leppauer zu tun und sie regeln die Sache da, es wird ein bisschen geredet über halt Untergrundgeschäfte und Verbrechersyndikate und Han und Leia regeln die Situation und der dritte Squib kommt frei und Tick, Trick und Track sind wieder vereint. Und es stellt sich raus, sie haben keinerlei Informationen für die Solos über die Imperialen, sie haben sie schlicht und ergreifend übers Ohr gehauen, um ihrem Kumpel daraus zu helfen. Also, das ist The Trouble With Squibs. Was denke ich? War okay. Es ist die schwächste dieser drei Kurzgeschichten. Ganz ehrlich, ich mag Kofilien in Tamezzo mehr. Ich nehme an, Troy Denning hat an diesen Squibs Gefallen gefunden. Vielleicht dachte er, er hätte hier Comedy-Gold gefunden, aber nicht wirklich. Ich fand sie in Der Geist von Tatooine nicht komplett nervtötend. Ich finde sie hier immer noch nicht komplett nervtötend, aber sie haben auch keinen Charme für mich. Also das sind keine Charaktere, bei denen ich mir denke, wow, geil, die Squibs, ich will mehr von denen sehen. Falls ihr sie mochtet in Der Geist von Tatooine, ist die Kurzgeschichte es vielleicht wert, aber ansonsten nicht unbedingt wichtig.